Ich weiß, was du dich fragst. Was ist in dem Behälter? Wenn ich es dir sage, muss ich dich töten? Ich mache nur Spaß. Entspann dich. Und was den Behälter angeht, frag lieber nicht. Aber es sind dann doch nicht. Na gut, dann wird das heute ein Single-Let's Play. Ja, machst du doch immer. Also von daher... Bitte nicht. Was? Was ist denn da schon, Peter? Du hast keine Anstellung. Nein, das ist wirklich so. Ich muss jetzt mal gerade überlegen. Ich verstehe jetzt gerade wirklich nichts. Nein, diesmal hast du keine. Das ist nämlich ein Leben in seinem Part. Okay, du hast ein Single-Let's Play zu machen. Oh Gott. Ja gut, der lässt sich danach erwischt. Dann joinet immer noch ein Spieler dabei. Oh, schon. Eine Spielerin. Eine Spielerin. Nein, aber... Oh, böse, böse. Du bist plötzlich zu join in, oder wie? Oh, Alter. Join in and find out. Ja. Oh Gott. Ja, der kam in and find out. Komm mit neuem mit heute. Oh Gott. Oh nein. Nein, aber diesmal war es wirklich keine Anspielung. Ich meinte das schon. Technisch Single-Let's Play. Ja, ja. Alleinunterhalter und so. Mhm. Ist okay, anderes Thema. Stummschalten, schnell. Wo ist es hier? Ah, zu spät. Ah. Ah, der Rocker-Schuppen. Oh, der ist gut. Wie viel Reiter. Haben keine Bombe und keine Geisel. Einfach nur abknallen. Ah, wunderschön. Ja. Äh, Dani, wir spielen Multiplayer. Ja. Da gibt's keine Bomben und so Zeug. Ja, doch. Doch gibt's auch. Oh, wir sind ja im richtigen Team. Das bedeutet, ich kann mein Glass nehmen. Weißt du? Hä? Ah, Glass. Mein Scharfschützen-Glass. Weißt du, das Geile ist ja, ähm, Spiele mit GSG 9, ja. Oh, ich nehm Glass, alles klar. Ja. Der gehört jetzt für mich zur GSG 9. Nein. Von den Russen übergelaufen zu Deutschland. Vor allem sind ja eh schon beide belegt. Putin, auf. Ja, ich hätte vielleicht schneller sein sollen als... Einer von uns. Richtig. Was sind Putin? Putin. Ich schick Putin-Einheiten zu uns, zum Märklen. Putin-Einheiten. Putin. Pudding-Einheiten. Pudding-Einheiten zum Märklen. Sogut-Pudding. Vanille-Pudding. Oh Gott. Los, Himbeere. Ah, Gefahrgut war ja klar. Himbeer-Jokub. Äh, Pudding. Wer weiß. Schmeckt sowas? Keine Ahnung. Wahrscheinlich. Toll, ich bin falsch. Wahrscheinlich auch. Ich hab mich verpranst. Wer ist Franz? Keine Ahnung. Wer ist Franz? Ich muss mein Freund wissen. Okay. Oh, das ist was los. Klar. Wo sind sie denn? Zweiter Stock? Zweiter Stock. Hi. Gut. Was macht ihr denn da? Tanzt gegenüber. Das ist ja süß. Hi. Hi. Ich seh euch. Hi. Juhu. Der Götzl gar nicht. Oh. Alter, ich weiß schon gar nicht mehr, wie das Spiel geht. Äh, schießen und nicht getroffen werden. Ach, das war ja irgendwie sowas. Hey, guck mich mal an. Die unten. Ey, warte mal. Da ist... Oh. Wer schießt denn da? Ich wollte dich nur aufschlecken. Ja, du weißt, dass du Teamkill anhat, gell? Ich weiß, deswegen hab ich auch gewartet, dass du wirklich stehst. Glaub mir, ich hätte... Ich bringe nur durch den Kasten direkt. Oh, fast nicht noch weg. Ja, genau, Kevin. Super gemacht. In dir, komm! Der Typ, der Stadt vor mir hier. Ja, klar, stände der mit der Schrotflinte vor dir. Nee, stände ich mit der Schrotflinte. Der hat mich weggemessert. Oder so. Aber es sah aus wie eine Schrotflinte. Es war keine Schrotflinte. Es war eine normale Handfeuerwaffe. What? Ich hab den zu spät gesehen. Ich hab mich eigentlich eher voller Druck. Er hat sich aber immer vor mir gerade... Halloween! Ich wollte gerade schießen in dem Moment. Da dachte ich mir, okay, steht da jetzt ein Freund vor dir, steht da ein Feind vor dir. Da hab ich schon rot mit links gesehen. Ich dachte, scheiße. War zu spät. Mist. Ich würde ja Deckung geben, aber ich sehe keinen. Unsere Drohne? Ja. Lär dann weg. Gott, das ist mich der Sack. Ich sehe da nichts. Sicherung des Raumes einstellen. Oh, der war treffsicher. Der war gut. Der war schön reingeworfen, aber ich sehe trotzdem... Gut, vor allem... Ich muss ja nicht gewinnen, die Mission. Ich muss ja nur dreimal spielen. Ja, ich auch, aber ich muss... Natürlich wäre schön, wenn wir sie gewinnen. Aber das war zum Beispiel. Leider. Schieß mich wieder. Da hinten stand zwei. Ja, ja, ich hab einen angeschossen. Klappe nach! Ich spiel jetzt nur noch zwei... Ja, drei gegen zwei. Es ist schön, der eigenen Kollege dich abknallt und noch weiter schießt. Super. Ja, einmal kann ja passieren, ist ein Versehen, aber... Ja, wieder auf dem Boden liegt schon ein Typ, aber weiter auf dich einschießen. Ja, ja, dann ist das definitiv kein Versehen mehr. Wie viele sind wir denn jetzt? Noch zwei? Ne, drei von uns. Und zwei von den anderen. Und ich glaube, ich gehe jetzt mal rein. Ich habe mir vorgestellt, dass das die zwei sind, die dahinterstehen noch. Einen, den wir angeschossen haben. Einer noch. Ja, boah. Boah, den hat er gut durchleckert. Ja, ja. Schöner Käse. Ich bin Käse draus gemacht. Gut, Verteidigung. Verteidigung steht gern. Ich muss ja Ding spielen. Ja, ich muss den ja auch spielen. Eigentlich wollte ich den Kapkanen eigentlich nehmen, Dani. Aber dann nehme ich den. Ohhhh. Ist nicht schlimm, ist nicht schlimm. Ohhhh. Bin ich froh, dass ihr euch da nicht streiten müsst. Ich habe hier Gott sei Dank meinen GSG-9-Typ und er ist okay. Ja, ich habe auch einer von den anderen. Ja, da, da. Bandit, glaube ich. Ich muss können, der toll ist. Der hat... Den Raum sichern. Ich habe immer eine gute Frage, aber den habe ich aber noch nicht. Der ist noch nicht freigeschalten bei mir. Ich habe den gleich. Geht zu. Geht. Die Tür ist verbarrikadiert. Ich muss hier eine. Ich muss hier noch mal eine Verstärkung mit rein. Genau, du hast da auch noch eine. Da brauchen wir keine. Die Gegner haben den Bio-Gefahrgut-Behälter lokalisiert. Gut, das ist ja nicht schwer. Türbarrikade wird errichtet. Und, flop. So, die Wände sind erstmal dicht. Auf, da kommen sie nunmehr durch. So, ich bin mal gespannt. Ich bin in einem Raum, wo der Dani von oben durchs Dach rein ist. Da bin ich jetzt gerade drin. Hab das Dach natürlich und das Fenster im Visier. Das heißt... Ja, die kommen bei mir hier rein, ne? Weil zumindest sind sie in der Nähe. Ja, ja, die kommen bei mir rein. Also, ich sehe eine Rauchfahne durch die Wand. Das heißt, die sind bei mir irgendwo um die Ecke. Ja, die sind bei mir. Das fängt sich jetzt das Fenster auf. In dem Raum, wo der Gehälter ist. Links durch das Fenster kommen sie durch. Ja, aber du hast ja noch mehr Leute da. Du bist ja nicht alleine. Nein, ich bin komplett alleine. Hier sind alle raus. Nein, bist du nicht. Nein. Warte, fäll. Kommt da jetzt keiner rein? Wo wollen die da jetzt? Oh, the fuck, wo sind sie durch? Oder wollen sie durch? Okay, bei mir kommt sie durchs Fenster. Still bei mir, still bei mir. Sie haben ihre Versuche, den Behälter zu sichern, eingestellt. Die Gegner sichern den Bio-Gefahr-Gefahr-Gefahr-Gefahr-Gefahr-Gefahr-Gefahr. Oh, Tani auch weggemessert. Der Gegner versucht nicht mehr, den Behälter zu sichern. Weiteren Zugriff auf den Bio-Gefahr-Gefahr-Gefahrverhindern. Der FKK, der liegt hier auch noch rumverlust. Du bist aufgehoben. Was frei? Ich habe gerade die Waffe gezogen. Ja, nö. Ah, das hat ja auch mich vorgewischt. Super. Ich bin nicht da reingefallen sehen ins Bad. 1 a 1. Da kann ich stellen, warum bist du gestolbert? Wenn er nicht wollte und dringend aufs Klo, weißt du? Das war irgendwie sehr dringend grad noch. Ich wollte mir eine Schildfurze holen und dann schießt der andere mir genau in den Rücken. Dann bist du noch der eigene Kollege. Das war natürlich zwar nicht der eigene Kollege, aber es war wieder der gleiche Typ, der mich in der ersten Runde gekillt hat. Dieser Cinder King, Cianna King, wie auch immer das ausgesprochen wird bei ihm. Keine Ahnung. Den Bio-Gefahrgutbehälter lokalisieren. Moin, ich hab die Motorräder umgeschmissen. Fast. Ist klar. Muss mit der Drohne fallen. Wär heftig, wenns gehen würde. Dann werden die Mission sofort P geschlagen, weil die Rocker nicht töten würden. Ich bin im Keller. Keller? Ja. Ja, dann ab in den Keller. Weil die mich grad angesehen gehabt haben. Frezzo. Geh ich denn da rum? Ja, der Kevin steht da rum. Ja, ich konnte grad mich nicht bewegen. Was? Gute Arbeit. Gute Arbeit. Ero-Gefahrgutbehälter wurde lokalisiert. Ich hatte grad... Passiert manchmal, dass der dann... Jetzt grad auch wieder. Dass der dann vorgeht und dann alleine wieder zurückgeht. Ja. Ja. Befürchtet... Schmeißen. Macht er doch einfacher. Ah gut, wenn sie wissen. Der zweite raus. Äh, beigedreht. Wir brauchen schon eine Brille, oder was? Alter! Was? Was? Da war keiner. Gerade wo waren die? Gerade aus dem Raum durch. Nö, da war ne Mine. Okay. Da war ja. Da war ja. Was? 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 Den Raum sichern und den Biobehälter schützen. Ach, der Sack. Ihr steht doch hinter der Wand. Oh nein! Genau da wurde der andere Typ auch gestorben. Da war ne Mine noch. Ja. Ich hätte ihn mal so abknallen sollen, anstatt dass ich weiter reingehe. Ich hatte ihn nämlich voll auf Visier. Ja. Da bin ich nämlich auch gestorben. Drohne unterwegs! Fuck! Ich hab ihn angeschossen gehabt, aber der war dann die Mine im Türrahmen und ich bin zu weit rein. Ja. Jetzt ist er natürlich nicht mehr da wo er sein sollte. Feindliche Aktivitäten. Mit Sicherung des Behälters fortfahren, sobald die Bedrohung neutralisiert ist. Eigener Druck hat Gegner eliminiert. Ah, der liegt da. Unentspannbar, oder? Ja, im Türrahmen. Krumme Rückenhaltung. Runde 4. Ist auch selten. Aha. Klar, aber ich muss jetzt... Ich hab jetzt glaube ich die 3 Runden, weil ich das Tagesel habe ich jetzt glaube ich weg. Wir machen ja noch unsere Dailies in dem Mai hier drin. Ja, sowohl dass wir 3 Multiplayer-Runden gespielt haben. Muss ich ja noch machen. Multiplayer gar nichts mehr. Dann alles Terroristen in der Aktivität. Ne, ich muss noch mit dem GSG9 spielen. Ne. Aber ich muss gucken, ich hab nämlich GSG9 und Spitznatz. Naja, okay. Ne, ich muss 3x Verteidiger, 3x Angreifer, 2 Leute töten und 3 GSG9. Wir müssen den Bio-Gefahrgut behälter schön. Ne, das heißt ich muss noch irgendwo nachher eine Runde spielen mit beiden einmal. Ja ja, wir müssen auf jeden Fall. Und wie gesagt, ich hab ja noch Verteidiger und Angreifer jeweils drei. Drohne. Die Drohne der Gegner hat den Bio-Gefahrgut behälter gefunden. Da. Hast du sie noch nicht? Nö, ich hab abgehauen. Schade. Ups, du hast von mir grad geleckt. Leckt schon wieder? Jawoll. Ich hab einen auch nicht. Zehn Sekunden. Die stehen hier unten in den Rahmen drin. Noch 5 Sekunden. AVS ist platziert und einsatzbereit. Hoppala. Ohne der Gegner hat den Bio-Gefahrgut behälter lokalisiert. Ich hab zwei erwischt. Die hält sich nämlich unten in diese Türschlipze rein. Und hör mal hier auch mal. Dann siehst du sie nicht. Ja, ich fahr direkt rein. Ich hab aber zwei von denen weg ausgeschaltet schon. Hier kommen sie durch. Boah. Wie's luckt, äh wie's luckt. Ich hör was. Sehr schön. Wer ist sie? Wie die Geräte noch vom linken Ohr hören bei mir. Ja, ist echt übel. Boah, wo kommen sie durch jetzt? Von oben. Oben schüttert's. Ganz schön. Ah, hier seid oben auch drin. Ja, ich bin hier unten. Bleib mal unten, gull ich. Wechsle das Magazin! Naja, oben sind aber von uns... ...ein oder zwei. Von unten. Sicher, sicher. Naja. In dem Vorraum bin ich drin. Okay. Oho. Da schweißt sich was durch. Bei mir. Direkt im Rücken. Tot. What? Wow. Den hab ich nicht gesehen. Ach, der steht draußen. Hinter dem Motorräder steht einer von denen. Da schlägt einer rum, wo der Lieferwagen ist. Da schlägt einer rum. Wo der Lieferwagen ist. Da schlägt einer rum. Wo der Lieferwagen ist. Der steht direkt in der Ecke. Der steht direkt hinter dir in der Ecke. Der steht direkt hinter dir in der Ecke. Wir müssen gleich jetzt festen. Direkt an der Tür und nach draußen. Der steht da noch. Ja. Was da draußen? Ich markier'n grad. Ja. Genau der. Jawoll. Ich hab ne Trophäe gekriegt. Ich auch. Unter Gentleman. Ja, ich auch. Nice, man. Gewonnen! Gut. Sehr schön. Sehr schön, sehr schön. Ich hab glaub ich nicht einen Kill gemacht in den Runden. Ich habe null Kill. Noch eine Eliminierung. Yay! Gut, ich hab meine GSG 9 weg. Ich muss jetzt noch... Ich muss einmal als Spitznas und einmal als GSG 9 spielen. Einmal Angriff, einmal Verteidigung und im Multiplayer zwei Eliminierungen. Also bleibt mal gleich drin in der Runde. Ja. Terroristenjagd als SAS, Terroristenjagd als GG9 und Terroristenjagd als Spitznas. GG9? GGN. Good Game oder was heißt das? Good Game, ihr 9. Nein, das ist das neue Sondereinheitsteam. Wir spielen einfach 9. Das ist das neue Sondereinheitsteam. Das ist das neue Sondereinheitsteam.